Ich habe damals in der dritten Klasse mal ein Liebesbrief geschrieben, das werde ich nicht vergessen. So den Klassiker mit ja, nein. Sie hat drauf geschrieben, ich weiß es nicht. Aber dann habe ich, dann kam mir schon das bisschen komisch vor, dann habe ich so, mit dem Füller bin ich über das ganze Blatt gegangen und dann habe ich gesehen, wie sie mit dem Tintenkiller das Kreuzchen bei nein weggemacht hat. Bro, for real, das war übelst gemein. So, wie sie mit dem Tintenkiller das Kreuzchen bei nein weggemacht hat.